Das ist unsere Zukunft. In einer Zeit, in der wir Menschen davon abhängig geworden sind, dass Roboter all unsere Bedürfnisse befriedigen. Wir machen alles besser, als es der Mensch je könnte. Wird die Wissenschaft künstliche Wesen von ganz neuer Dimension erschaffen? Du bist eine Maschine. Ich bin ein Junge. Absolut unmöglich. Intelligenter, gefühlvoller und menschlicher als wir. Bis zu deiner Geburt haben Roboter nicht geträumt, haben keine Sehnsucht gekannt, bloß einprogrammierte Wünsche. Einige von uns werden sie mit offenen Armen empfangen. Er ist doch nur ein Kind. Monika, er ist ein Spielzeug. Er ist ein Geschenk. Andere werden sie fürchten. Sie haben uns zu klug gemacht. Zu schnell. In zu großer Menge. Deswegen hassen sie uns. Halt dich von Menschen. Fern geh nirgendwo hin, wo es viele Menschen gibt. Nur bei anderen Mechern bist du sicher. Die Menschen, sie schrecken vor nichts zurück. Was sollen wir tun? Du musst genau auf den Mond zureisen. In der Mitte. Du bist hier. In der Mitte. In der Mitte. Hast du Angst davor, die Sterne zu sehen? Ich zeig dir, wie du nach ihnen greifen kannst.